Rafi Basoumian ist ein US-amerikanisch-armenischer Schauspieler. Leben und Karriere Basoumiens Eltern wurden im armenischen Viertel in Beirut im Libanon geboren und wuchsen dort auf. Auch Rafi Basoumian wurde in Beirut geboren. Im Alter von nur einem Jahr siedelte die Familie aufgrund der anhaltenden Konflikte des libanesischen Bürgerkriegs nach Los Angeles in Kalifornien. Über Zuhause sprach die Familie überwiegend armenisch und lebten die Kultur und die Bräuche des armenischen Volkes aus. Trotz dieser Nähe zu seiner Herkunft war er bislang nur einmal im Jahr 2005 in Armenien und besuchte mit Freunden die Hauptstadt Jerevan. Während er an der Moskauer Art Theater School in Moskau für ein Jahr studierte, Basoumian begann sich in frühester Kindheit für das Schauspiel zu interessieren. An der High School nahm er erstmals Schauspielunterricht. Er besuchte 2006 die Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, wo er Mitglied der Theatergruppe war. Ab 2009 die Globe Theater International Fellowship in London. Danach studierte er an der Jacques Lecox School in Paris. Bis heute spricht Basoumian fließend Französisch. Erstmals war er 2011 im Kurzfilm Anarchy TV zu sehen. Im selben Jahr war er in einer Episode der Fernsehserie Navy Cis und in den Kurzfilmen The Portrait Stray Horse Booth, 2012 in Metzherrens und Misdirection und 2013 in Primavera zu sehen. 2014 mimte er den Hauptbösewicht Marcos in der 5. Staffel der Serie Vampire Diaries einen von den Toten aufverstandenen Hexer. Filmografie 2011 Filmografie 2011 Anarchy TV 2011 Navy Cis 2011 The Portrait 2011 Stray Coggers 2011 Booth 2012 Metzherrens 2012 Misdirection 2013 Primavera 2014 Vampire Diaries Terminatriz